Aber geschafft! Aber geschafft! Ich würde sagen, mehr Glück als Verstand, aber geschafft. Vielleicht nicht eine Stunde, aber du bist immer noch lange, nur nichts zu tun und denkst, wie die Tests zu lösen. Oh ja, du hast einen tollen Job gemacht. Nein, danke. Du mich auch. Nicht eine Stunde. Was kommt als nächstes? Diese Testschamber ist in zwei Parten. Eine, wo du die drei Kubiken bekommst und eine andere, wo du zum Exit kommst. Glückwunsch. Oh, ich kriege die Testschamber. Oh, ich kriege die Testschamber. Das ist ein never-ending-t résumus. Das ist ein never-endig-t résumus. Das ist ein never-ending-t résumus. hätt ja auch funktionieren können so eine entschuldig schleife das bringt mir nicht hier kommt ein portal hin da könnte auch ein portal hinkommen hier krieg ich und den ersten würfel gott hier gibt es dann alle drei da hier nicht meine kraft abnehmen das könnte klappen das war zu früh fuck pack ich hätte nur stehen bleiben ich war schon da ja also auf einmal wir wissen dass es funktioniert hier runter. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, was mir das bringt, aber... Da ist ein Exit. Ich weiß nicht, was mir das nicht passiert. Ich weiß nicht, was mir das passiert. Also, ich weiß nicht, was mir das passiert. Ich war noch nicht ganz klar, dass ich durch drei Würfel brauche. Okay, damit setze ich den woanders hin. Ich glaube woanders hin. Mir ist noch nicht ganz klar, wieso ich drei brauche. Wobei ich wahrscheinlich hier raus, da wieder rein. Dazu muss ich den hier entfernen. Wie das noch einfach hinkriege. Das war jetzt episch. Oh nein. Ich mache mich nicht. Okay. Da war die Kante im Weg. Ich glaube, das Level mache ich noch. Mein Paul wird mir nicht zu lang und es ist warm. Ich bleibe an der Kante hängen. Ich bleibe an der Kante hängen. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt komme ich nicht mal mit her rüber. Das ist aber nicht wahr. Ich meine, das kann ich im Zwischen. Das ist kein Problem. Ja. Aber jetzt. So, jetzt lasse ich die drei beiden rein und schaue mal was passiert. So, wofre ich hier wieder runterfalle, einmal speichern. Ich habe das Gefühl, ich sollte doch probieren, ob ich nicht das irgendwie instant hinbekommen habe. Geht, geht auf Loot. So, so war jetzt so klar. Machen die Tür auf. Wunderbar. So. Ja, man merkt, ich werde immer Wortkarger. Es ist noch viel zu warm. Deswegen speichern und bis zum nächsten Mal. So. So. So.